Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich dieses Video so richtig anfangen soll. Wir sind ja inzwischen jetzt in der zweiten Woche mit meinem Sub-Problem und heute will ich da einfach mal drüber reden. Also ich habe gerade nochmal gezählt, es sind inzwischen 124 Bücher. Gestartet habe ich dieses Jahr mit 159, das heißt, ich bin schon runter. Aber ich bin zwischenzeitlich auch wieder kräftig hoch, weil ich war mal unter 100. Und das Problem, warum ich meinen Sub so abbauen möchte oder warum er mich so belastet, ist einfach, A, finde ich es total schade, dass diese Bücher alle hier verstauben. Und es ist tatsächlich auch oft so, dass ich Bücher kaufe, weil ich sie gut finde oder sie mich ansprechen, dann stelle ich sie hier ins Regal und zwei Jahre später sortiere ich sie aus, weil sie mich dann nicht mehr interessieren. Vor zwei Jahren hätten das aber totale Highlights sein können. Und eigentlich ist das dann ja auch rausgeschmissenes Geld. Das ist so das eine Problem, das ich damit sehe. Und das andere Problem ist, dass ich einfach mal wieder in den Buchladen gehen möchte und ohne schlechtes Gewissen Bücher kaufen möchte. Ich sitze so blöd auf diesen Kisten und irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss bequem sitzen, weil das könnte hier heute etwas länger dauern. Naja, gut, da müsst ihr jetzt durch. Ihr liebt doch alle immer meine authentische Art. Ja, also ich habe halt so das Gefühl, dass ich den Büchern damit Unrecht tue und das Kern des Problems, also der Kern des Problems ist ja eigentlich, dass ich die Bücher einfach nicht mehr lese und sie dann aussortiere. Häufig ist mir ja in den letzten Videos immer wieder aufgefallen, auch gerade in den Rache des Subvideos. Ist ja zum Beispiel auch der Grund, warum ich nicht mehr bei Avel, Chibu, Rebuy oder Medimops einkaufe. Das mache ich nur noch, wenn ich die Bücher wirklich halt wiederhaben möchte, weil ich die schon mal gelesen habe oder sowas in die Richtung. Ja, ihr seht, das Video hat keine richtige Struktur, weil ich selber nicht so richtig weiß, wie ich das machen möchte. Aber ich möchte euch gerne halt erklären, warum es mir so geht und ich mir daraus auch so ein bisschen eine Erleuchtung für mich erhoffe. Das geht nicht darum, dass ich mich rechtfertige. Das habe ich auch gar nicht so das Gefühl. Das ist ja einfach auch mein Problem. Es ist ja auch ein hausgemachtes Problem. Ich könnte ja auch hinsetzen und sagen, ach, mein Sub, der interessiert mich nicht. Er interessiert mich aber, weil ich eben, wie gesagt, nicht nur das Problem sehe, in dem, dass die Bücher hier verstauben, sondern das Hauptproblem für mich ist eigentlich der unkontrollierte Konsum der Bücher. Also nicht des Lesens der Bücher, sondern das Kaufen der Bücher, der ja gar nicht sein müsste. Weil ich habe ja auch noch für eigentlich jede Situation was zu Hause. Ich habe Thriller zu Hause, ich habe Krimis zu Hause, ich habe Fantasy in jeglicher, denklicher Form zu Hause und ich habe auch ein paar New Adult Bücher zu Hause. Heißt also, ich habe ja auch für jeden Mut was da. Und trotzdem finde ich, war mir selber immer wieder eine Ausrede, warum ich mir Bücher kaufe. Und sei es nur, um diesen kurzen Glücksmoment zu haben, was Neues gekauft zu haben, es schön ins Regal einräumen zu können, aber lesen tue ich es dann nicht. Und was zeitweise tatsächlich, glaube ich, auch ein Problem ist. Ich hoffe, es verunglimpft mich dafür nachher niemand, aber ich versuche ja mal sehr ehrlich und auch transparent zu sein und ich habe auch das Gefühl, dass es bei euch gut ankommt. Zumindest ist es das, was ihr auch immer wieder kommentiert. Es ist natürlich auch so eine Sache, dass ich eine Zeit lang immer gemerkt habe, mit diesen XXL-Neuzugängen kriege ich mega viele Klicks. Und mal ganz offen und ehrlich, wenn man das hier macht, natürlich ist das ein Hobby und natürlich macht es mir Spaß, mich hier hinzusetzen und in die Kamera zu reden. Und ich habe darüber auch ganz viele wunderbare Leute kennengelernt. Aber natürlich ist es schön, wenn man eine Bestätigung bekommt. Und egal wer, der zu mir sagt, das ist nicht für ihn persönlich wichtig, das glaube ich nicht, weil jeder Mensch strebt ja irgendwo nach Bestätigung, nach positivem Feedback. Und in dem Fall sind es ja die Aufrufe, die Daumen nach oben, die Kommentare, die ja dieses Gefühl auslösen. Und es war halt einfach wirklich so, dass diese Neuzugänge-Videos am meisten geklickt werden. Ich gucke die total gerne auch bei anderen. Das gebe ich auch zu. Die Frage ist doch nur, warum gucken wir das so gerne? Weil eigentlich kann uns die Person, die diese Videos ja dreht und uns da die Bücher vorstellt, ja auch noch gar nicht viel zu den Büchern sagen. Es löst doch wieder nur im Hintergrund den nächsten Konsumgedanken aus, indem man sagt, boah, guck mal, der hat das, das, das und das gekauft. Und wenn der das kauft, dann will ich das auch haben. Jedenfalls ist es bei mir so. Falls das bei euch nicht der Fall ist, möchte ich hier niemandem zu nahe treten. Wie gesagt, das ist vielleicht auch so ein bisschen Self-Healing für mich hier. Und ich bin froh, wenn ihr euch anguckt und wenn ihr euren Senf dazu gebt oder vielleicht mal schreibt, wie ihr in diesen Situationen damit umgeht oder ob ihr vielleicht sagt, oh ja, stimmt, jetzt wo Lisa das so ausspricht, sehe ich das auch so. Würde mich auf jeden Fall super interessieren, was ihr dazu sagt. Ja und für mich ist es einfach so, ich will eigentlich auch ein bisschen mehr aufs Geld gucken. Also wenn ihr die Videos Anfang des Monats geguckt habt, dann wisst ihr, dass ich gekündigt habe. Das heißt, ich muss ja auch meinen Firmenwagen hergeben, was natürlich auch ein finanzieller Aspekt ist, weil wir brauchen dann ein neues Auto, das muss erstmal angeschafft werden, das muss versichert werden, das muss versteuert werden. Das sind ja auch so Dinge, über die habe ich mir vorher gar nicht so den Kopf gemacht. Ich habe gedacht, oh naja, neuer Job, das Gehalt ist ähnlich, aber ich muss dafür halt erstmal eine größere Investition machen. Müsste ich nicht, natürlich ist das auch ein Luxus, aber es ist auch ein Luxus, auf den ich nicht verzichten möchte. Und tatsächlich sind Bücher auch Luxus, das weiß ich auch, das bin ich mir total bewusst, aber aktuell müsste ich mir den Luxus gar nicht gönnen, weil ich habe genug Luxus hier und ich habe ja auch aus jedem Genre Luxus hier. Ja, um das mal so zu sagen, ja. Ich weiß gar nicht, ob euch das so interessiert oder ob ihr euch denkt, was labert die Alte da eigentlich? Ja, das ist so das Problem, warum mich das auch so ein bisschen belastet, weil ich immer denke, wenn ich es nicht schnell genug weglese, dann interessiert es mich nicht mehr, dann ist es rausgeschmissenes Geld. Und das muss ja eigentlich auch nicht sein. Auch wenn ich die Bücher irgendwie versuche, denen ein gutes, neues Zuhause zu geben, indem ich sie halt meistens entweder spende, das ist ja wirklich so der Hauptpunkt, ich nehme die dann und schleppe die hier in eine Querstraße weiter in die Kinder- und Jugendbuchbücherei im Ort oder ich verkaufe sie dann. Aber ja, es ist halt einfach schwierig für mich, muss ich sagen. Ja, das war eigentlich auch schon das Ganze, worum es mir eigentlich ging. Wir werden uns gleich nochmal, ich mache mal so einen Schwenk über meinen Suppregal, das ist ja eben so ein schmales Billy. Das sieht im Moment leerer aus, als es tatsächlich ist, weil einfach am Sofa Stapel voller Bücher stehen. Ich hatte mal diese Weinkiste, wenn ihr das letzte Video geguckt habt, dann kennt ihr das. Diese alte Weinkiste war meine Challenge-Kiste. Und ich hatte ja auch diesen Subwagen, in den ich da mal was versucht habe reinzulegen. Das hat auch nicht funktioniert. Und inzwischen sind halt, ja, fast so viele Bücher draußen aus dem Regal, wie hier im Regal drin stehen, weil ich einfach nicht hinterherkomme. Tatsächlich ist auch das Problem, muss ich auch zugeben, seit der Buchmesse bin ich, was Rezensionsexemplare anfragen anbelangt, völlig eskaliert. Ja, und deswegen, ja, kommen auch die Bücher, die ich schon zu Hause habe, gerade zu kurz. Deswegen möchte ich auch unbedingt diesen Anlese-Vlog drehen, oder Try-A-Chapter-Vlog, um eben da auch mal aussortieren zu können. Ja. Jetzt sitze ich hier und weiß gar nicht, was ich richtig sagen soll. Ich hoffe wirklich, ich habe euch jetzt damit nicht totgequatscht, das war überhaupt nicht meine Devise, ich will auch niemanden langweilen. Aber es tut gerade auch mal gut, das einfach mal, sich von der Seele zu reden, weil ich glaube, das verstehen nur andere Büchermenschen vielleicht. Wie gesagt, es gibt ja auch Leute, die mit 400 Büchern auf dem Sub absolut fein sind, dann ist das für mich auch völlig okay. Ich will hier auch niemanden an den Pranger stellen und sagen, wenn du einen Sub hast und du schützt dich damit gut, dann ist das nicht okay. Gar nicht. Es geht einfach nur rein um mein Empfinden mit meinem Sub und mit meinem Bücherkaufverhalten. Das ist das, worum es hier gerade eigentlich gehen soll. Und ja, bevor ich mir jetzt noch länger irgendwie den Kopf wabbelig rede, gucken wir uns einfach mal meinen Sub an. Was ist da so drauf? Und wo liegen eigentlich die Challenge-Bücher, wollte ich euch noch zeigen. Aber das ist eigentlich ein bisschen peinlich, weil da sieht es halt aus wie Hulle. Ja, und ihr könnt mir dann gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da Bücher seht, von denen ihr denkt, dass sie mir gefallen würden oder halt auch nicht. Viel wichtiger sind eigentlich die Highlights und die Lowlights von euch. Also, dass ihr schreibt, boah, das musst du unbedingt lesen oder puh, das auf gar keinen Fall. Schreibt es bitte unbedingt in die Kommentare. Ich flehe euch an. Ich freue mich über jedes Kommentar dazu. Eine andere Instagramerin, der habe ich neulich mal die Fotos von meinem Sub geschickt. Und zwar ist das Lena von Bookwormie. Und die hat sich wirklich die Mühe gemacht und hat die Bücher ganz genau angeguckt und hat gesagt, ja, das habe ich schon gelesen. Das war super. Das habe ich nicht gelesen. Das soll aber auch nicht gut sein. Oder das habe ich gelesen und es war total schlecht. Und das fand ich super inspirierend und super schön und fand es auch super nett, dass sie sich so viel Zeit genommen hat, das durchzugucken. Deswegen würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr das macht. Ich weiß, ihr nehmt euch immer ganz viel Zeit. Das war gar kein... Boah, warum komme ich eigentlich schon wieder in so eine Rechtverdingungsschiene? Aber ich freue mich, wenn ihr mich einfach damit unterstützt, weil das tut ihr, indem ihr sagt, liest es oder tu es weg. So, und jetzt stehe ich auf und wir gucken uns die Bücher an. Danke, wenn ihr bis hierher dran geblieben seid. Ja, so sieht es hier gerade aus. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören und sehen. Also, nein, sehen tut ihr mich nicht. Ich hoffe, ihr könnt das da gut sehen und mich gut hören, weil ich habe jetzt mir das Handy geschnappt mit Mikrofon, weil das für mich einfach besser zu handeln ist wie mit dieser Kamera und dem Mikro. Vor allen Dingen, weil das Mikro ja dann quasi von meinem Mund weggerichtet ist und ihr mich dann nicht gut hören könnt, habe ich schon in den Shelfie-Videos festgestellt. So, und wir sprechen hier gerade von diesem Regal, um das es hier hauptsächlich geht. Ich glaube, da unten liegt auch noch ein kleiner Stapel. Ja, das ist der, der wieder einsortiert wird. Und die Steckdose steckt da, weil wir nicht mehr an die da hinten hinkommen und wir überlegt haben, hier mal noch eine Lampe hinzumachen. Deswegen haben wir die da gelassen. So, genau. Und jetzt gucken wir uns gleich mal das Regal genauer an und ich zeige euch gleich nochmal die Stapel. Wobei, die Stapel kennt ihr eigentlich aus den letzten beiden Videos. Also, ich verlinke euch unter dem i die anderen beiden Videos, dann könnt ihr euch das da nochmal genauer angucken. Da zeige ich euch die anderen Bücher. Und wie gesagt, jetzt gehen wir hier mal durch. Ich muss dafür nur einmal kurz den Sessel wegräumen. Okay, ich hoffe, ihr könnt alles sehen. Hier oben liegt Karen M. McManus, You Will Be The Dab Of Me. Darunter liegt Flesh and Fire von Jennifer L. Armandrout. Das will ich auch auf jeden Fall noch lesen. Das da oben, weiß ich nicht so genau. Liza Moore von Valentina Fast. Fand ich super schön. Hat so einen Buchschnitt, ob ihr es sehen könnt. Deswegen habe ich es eigentlich auch nur gekauft. Ich weiß aber nicht, ob ich es lesen will. Also, bei allen Büchern, wo ich sage, weiß ich nicht, ob ich es noch lesen will, schreibt mir bitte unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Magie aus Tod und Kupfer habe ich überlegt auszusortieren, einfach weil es mich nicht mehr so anspricht. Invalidum will ich auf jeden Fall nochmal anlesen. The Match by Society will ich auch auf jeden Fall lesen. Das ist ja der zweite Band einer Dialogie. Dann haben wir hier einen kleinen Flummel. Stolen Time zwischen den Welten fand ich super interessant, weil es eine Zeitreise, weil es eine Zeitreisegeschichte ist. Ist ja so voll mein Ding. Lady of the Wicked ist der zweite Band. Redwood Lights will ich unbedingt um Weihnachten rumlesen. Die Sieben Tode der Evelyn Hartcastle will ich auf jeden Fall mal anhören. Und das habe ich von, ähm, na, ich sehe sie vor mir. Die Sieben Tode der Evelyn Hartcastle will ich auf jeden Fall mal lesen. Das habe ich von Carla bekommen. Letztes Jahr im Bookshopping Queen Weihnachtsedition Video. Dann haben wir The Way I Break von Nena Tramuntani will ich auch auf jeden Fall mal anlesen. Alles, was ich in dir sehe, will ich auf jeden Fall ganz sicher lesen. Vor allen Dingen wird das auch auf jeden Fall, upsie, hierbleiben, weil das ist ja das Buch aus der Buchmesse, wo mir, oder von der Buchmesse, wo mir die Mädels reingeschrieben haben. Der dritte Band von Laini Taylor zwischen den Welten. Das werde ich nur dann lesen, wenn ich den zweiten auch safe lese. Da bin ich mir ja noch nicht so ganz sicher. Dann haben wir hier unten Hardstopper 4, den werde ich auch auf jeden Fall lesen. New Chances hebe ich ja auch für so einen schlechten Tag. Fly Into My Soul will ich auch auf jeden Fall noch lesen. Spanish Love Deception, Entschuldigung fürs Wackeln, das Handy, also ich war beim Sport und jetzt tun mir die Schultern weh. Spanish Love Deception will ich eigentlich schon gerne noch lesen, weil das ja so ein TikTok-Hype ist. Und ich liebe ja den Trope Fake Dating in diesen Büchern. Nebelschimmer, habe ich jetzt schon gehört, soll gar nicht so doll sein, wie ich es empfunden habe. Werde ich halt mal anlesen und da mal gucken. Light It Up werde ich auch auf jeden Fall lesen, beziehungsweise später kommt nochmal, ach nein, das ist Law It Up, Light It Up kommt noch. Will ich auch auf jeden Fall lesen, weil mir die erste Band so gut gefallen hat. Die Clans von Tokito will ich anlesen. Das Kind in dir muss Heimat finden, überlege ich tatsächlich auszusortieren. Und Lonely Hearts wird auch auf jeden Fall erstmal hier bleiben. Dann kommen hier ein paar Funkos. Dann haben wir hier drunter die unwahrscheinlich... Nee. Mann, ey. Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe. Finde ich irgendwie super interessant, die Thematik. Und auch das zweite Buch spricht mich sehr an von der Autorin, deswegen will ich das auf jeden Fall mal anlesen. Die königliche habe ich aber in 1 und 2 schon gelesen, beziehungsweise gehört. Den zweiten fand ich nicht so gut. Das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich noch nicht weitergemacht habe. Elfenthron ist ja der dritte Band in der Trilogie, deswegen habe ich da noch nicht weitergelesen. Muss ich erstmal zwei lesen. Den habe ich angefangen, aber noch nicht weitergelesen. Gut Schwannsee bleibt auch auf jeden Fall hier. Das ist so ein Good Feelings Buch. Die Schokoladenwähler ist schon so oft ein und wieder ausgezogen, dass ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Also falls ihr hier Tipps habt, auch auf jeden Fall her damit. Blutmagie habe ich in Berlin gekauft. Das heißt, das wird aus dem sentimentalen Wert auch auf jeden Fall hier bleiben. The Inheritance Games bleibt auch erstmal hier. Da werde ich den ersten lesen und dann entscheiden. Und dann kommt eben Light It Up. Davon habe ich gerade schon gesprochen. Christmas Company werde ich jetzt Weihnachten lesen, habe ich mir vorgenommen. Und wenn ich es nicht schaffe, dann kommt es weg. Akademie eben niemals habe ich erst neu gekauft auf der Buchmesse. Das werde ich auch auf jeden Fall mal hier lassen und mal anlesen. So, und jetzt muss ich mich auf den Boden setzen, damit ich da gescheit hinkomme zum Film. Wo ist mein Finger? Hier ist mein Finger. Regenglanz von Anja Oma ist ja quasi der Vorband von Nebelschimmer. Da werde ich auch auf jeden Fall reinlesen. Die Katze im Taubenschlag habe ich mal angefangen. Fand ich eigentlich voll gut. Weiß ich gar nicht, warum ich wohl nicht weitergelesen habe. Das unglaubliche Leben des Wallace Price bleibt auch auf jeden Fall hier, weil das mir einfach super gut gefallen hat. Also, mir hat, na, wie heißt das andere? Mr. Palastus Heim für Magisch Begabte voll gut gefallen, deswegen will ich das auch auf jeden Fall lesen. Der Wintermordclub will ich auch dieses Jahr für Weihnachten lesen. Wenn ich das nicht schaffe, zieht es wieder aus. Da warte ich auf den dritten Teil, weil das so fiese Cliffhänge haben soll. Und der dritte ist noch nicht angekündigt, deswegen bleibt es noch ein bisschen hier. Blütenmagie ist ein Adventskalender, den werde ich dieses Jahr lesen. Und wenn ich ihn nicht lese, dann kommt auch das wieder weg. Unipar Moon hat Maria von Fernweewelten so geschwärmt und fand es so toll und deswegen wollte ich es unbedingt haben, habe aber auch noch nicht reingelesen. Also, falls ihr hier was dazu zu sagen habt, auch gerne. Hier ist das gleiche Problem wie mit Die Königliche, deswegen habe ich da noch nicht weitergelesen. Das ist meine Alexa. Alexa, stopp den Timer. Oh, jetzt habe ich den Funko umgeworfen. Legendborn, der geheime Bund, wollte ich unbedingt vorher lesen, also schon vor lange lesen. Dann kam ja raus, dass das eine Trilogie wird, da ist noch nichts weiter bekannt, deswegen steht der noch hier. So, und jetzt gucke ich mal, ob ich euch hier hinkriege. Creston City habe ich Band 1 noch nicht gelesen, deswegen ist 2 noch hier. Magic Tales könnte ich eigentlich mal lesen, kommt auch auf jeden Fall nächsten Monat in der Rache raus. Das weiß ich safe, weil da war Blogger Nacht und die war halt im November und deswegen muss das auch November gewesen sein oder Anfang Dezember. Die Goldenen Wölfe, davon haben so viele geschwärmt, deswegen ist das eingezogen. Fade and Fire von Evie Lee, das ist so eine liebe Autorin auf Instagram, ich finde die total nett. Das Buch gibt es inzwischen auch als Hörbuch, deswegen werde ich da auf jeden Fall als Hörbuch reinhören. Das ist der zweite Teil, da habe ich den ersten noch nicht gelesen und das da sind auch voran, also weitere Bände einer Reihe, da habe ich auch die anderen noch nicht gelesen, deswegen, ja. Und dann haben wir hier unten noch drei Bände einer Reihe, da habe ich auch den ersten noch nicht gelesen, deswegen kann ich da auch noch nicht viel zu sagen. Und hier haben wir noch welche, die ich quasi in dem, äh, meine Challenge Bücher vorstelle. Ja, ob ihr es sehen könnt, so. Da habe ich da schon mehr dazu gesagt, deswegen liegen die eigentlich auch wieder hier, genau. Ja, und das ist der Rest meines Regals, das ist halt schon gelesen. Ah, halt, hier kommen wir noch zu Büchern, die ich noch nicht gelesen habe. Schreibt mir auf jeden Fall super gerne zu den Büchern von, na, wie heißt die gleich noch, Cassandra Clare, wie sie euch gefallen haben und was ihr dazu sagt. Ich habe mich ja zu, durch Clockwork Angel absolut durchgequält, deswegen würde mich sehr interessieren, ob ihr sagt, es wird besser oder es wird nicht besser. Ja, weil wenn es nicht besser wird, dann hadere ich da schon sehr lange mit mir, ob ich die nicht alle einfach mal wieder entsorge, also was heißt entsorgen nicht, aber die aussortiere. Ja, und jetzt zeige ich euch gleich noch mein peinliches Chaos. So, und das hier ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen der Stapel meiner Schande. Das sind Bücher, die aus irgendwelchen Challenges raus sind, die ich jetzt eben anlesen möchte, also die hier möchte ich anlesen. Und das sind jetzt noch so Bücher, die auf jeden Fall hierbleiben, ich weiß gar nicht, man kann das oberste, doch, man kann es sehen, das ist das von Avicii, die ich zeitnah lesen möchte, aber halt, die auf jeden Fall hierbleiben. Das ist noch mein Subwagen, der ist inzwischen halt leer, weil ich nicht weiß, was ich da reinstellen soll oder wie ich sie sortieren soll. Und wie gesagt, die hier möchte ich auf jeden Fall zeitnah in diesem Lesevlog anlesen und dann eben entscheiden, ob ich sie aussortiere oder nicht. Und die stehen hier halt wirklich teilweise schon Monate oder fast ein halbes Jahr und ich weiß halt nicht, wie ich damit umgehen soll. Und weil die hier halt so präsent stehen, fallen die mir halt auch immer wieder auf und deswegen, glaube ich, stört es mich auch mehr, wie wenn ich sie im normalen Shelfie lasse. Aber irgendwie war das ja auch Sinn und Zweck, ja, deswegen habe ich die ja so dahingestellt. Ja, mal sehen. Also, falls ihr hier auch irgendwie noch ein Buch entdeckt, schreibt mir dazu gerne auch eure Meinung. Ja, das andere Chaos möchte ich euch gerade nicht zeigen, dafür schäme ich mich ganz doll, weil da sieht es aus wie Hulle. Ich habe noch ein paar angelesene, angefangene Bücher, die habe ich euch auch in einem Video gezeigt. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken, wenn ihr möchtet. Und ja, nächstes Mal geht es weiter mit meinen Büchern, die ich schon aussortiert habe, also wo ich schon entschieden habe, von denen trenne ich mich. Da freue ich mich schon drauf, bin ich sehr gespannt. Und ja, jetzt habe ich eben überlegt, ob ich das einfach so stehen lasse mit meinem Stapel und mich gar nicht mehr verabschiede. Aber irgendwie fände ich es auch blöd, warum ich jetzt auch immer in meiner Kamera am Handy so glänze. Keine Ahnung, ich habe eine neue Tagescreme mit Make-up, vielleicht deswegen. Sieht nicht so hübsch aus. Ja gut, dann müssen wir jetzt alle durch. Ja, das war mein Video zu meinem Sub, mein Problem, mein Rumgerede und die Bücher, die auf meinem Sub sind. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn ihr irgendwas dazu zu sagen habt. Und dann wünsche ich euch jetzt einen tollen Tag, Nachmittag oder Abend. Fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Mal. Ciao ihr Lieben!